Hallihallo Hallüchen und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Yu-Gi-Oh! Duel Links. Ja, einige Zeit ist es her, als das letzte Video kam und es ist einiges geschehen. Wie ihr seht, ich habe es endlich auf Stufe 53 geschafft. Habe jetzt auch Beschwöre Monster vom Typ Dinosaurier insgesamt 60 mal abgeschlossen. Einfach nur deswegen, da ich ja mein Dinosaurier Deck habe mit Rex Raptor, was in den PvB-Duellen eigentlich zu 60-65% schon eine gute Rate hat, um zu gewinnen. Und deswegen konnte ich diese Mission jetzt ohne Probleme abschließen. Jetzt habe ich hier noch ein paar andere Beschwöre Monster vom Typ Insekt insgesamt 60 mal. Das muss ich noch machen, da muss ich mir mal ein Insektendeck herstellen. Ich habe noch nie mit Insekten wirklich gespielt. Muss erstmal schauen, ob ich überhaupt davon genug zur Verfügung habe. Dann muss ich noch eine, also verwende eine Fallenkarte 10 mal in einem Duel-World-Duell. Das heißt nicht, dass man eine bestimmte Fallenkarte 10 mal verwenden muss, sondern allgemein, man muss in einem Duel-World-Duell 10 Fallenkarten aktivieren, damit diese Mission erfolgreich abgeschlossen wurde. Dann erziele 12 Comeback-Siege in Duel-World-Duellen. Ja, das heißt halt einfach, dass man wenig HP, also wenig Lebenspunkte haben muss und dann trotzdem noch mit einem, sagen wir mal, keine Ahnung, 2000, 3000 LP Rückstand dann noch das Duell gewinnt. Ist auch nicht so schwer zu machen. Da kann man einfach im Gate, also beim Tor, die 10er, Level 10er Typen angreifen oder Level 20er lecken, deren Duellanten sich dann erstmal ein bisschen runterhauen lassen und dann einfach mit einem 1900er oder 1700er setzen und dann greifen die nicht mehr an, weil die halt einfach nicht so starke Monster haben und dadurch kann man dann die Comeback-Siege sicherlich easy farmen. Und 80 Duel-Virtuelle muss ich noch gewinnen, beziehungsweise halt 47 und dann habe ich die 53 auch schon abgeschlossen und dann fehlt nur noch ein Level, bis ich wieder Stufe 45 bin. Äh, 55 und dann ist es ja schon, glaube ich, wieder das höchste Level. Ähm, bei Stufe 52 war eine wirklich komische Mission, da musste ich, ich glaube, 10, 10 Schnellsiege, ähm, schaffen in Duel-Virtuellen und ein Schnellsieg ist in dem Falle, wenn man es schafft, innerhalb von den ersten 5 Spielzügen einen Sieg zu erreichen. Aber nicht im fünften Spielzug, sondern spätestens im vierten Spielzug muss man die Lebenspunkte des Gegners auf 0 haben, muss man gewinnen. Und das war gar nicht so leicht, meiner Meinung nach. Ähm, ich habe mir dann extra ein Deck dafür hergestellt, ich kann es euch auch gerne mal zeigen. Ähm, mit wem war denn das? Ich glaube, das war mit Pegasus. Und da hatte ich das Deck... Gedankenscan war das, glaube ich. Mal kurz schauen. Ähm, ja, genau. Da habe ich nämlich nur Hai-Monster reingepackt, also alle, die 1700 oder 1750, wie dieser Bohnenmann hier, ATK haben und dann noch einige von den Ausrüstungszauberkarten. Und da musste ich halt immer Glück haben, dass ich am besten Ausrüstungszauberkarten, mindestens eine, und zwei von den Hai-Monstern auf der Hand habe, ähm, um dann innerhalb von dem vierten Spielzug spätestens zu gewinnen. Aber mit ein paar Misses hat das dann auch funktioniert, war auch dann kein größeres Problem mehr. Und ja, so läuft es zurzeit. Dann habe ich ein bisschen eine Ranglisten-Duelle gemacht. Es gibt ja zurzeit auch ein Event. Ähm, das können wir uns mal angucken. Hier. Babadababam. Oh, habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ein neues Event kommt. Schauen wir uns gleich an. Aber hier, das Event läuft zurzeit. Spezial-Duelle haben begonnen. Das läuft noch bis zum 21. März. Das müsste der Montag sein, weil so ein Event, ne, Dienstag sogar. Bis Dienstag 6 Uhr läuft es. Ähm, also im Endeffekt 8 Tage. Und da gibt es in den Online-Duellen, ähm, neben den Ranglisten-Duellen, noch Spezial-Duelle. Und die bekommen dann wahrscheinlich öfters. Ähm, diesmal, für diese Woche, ist die Regel, dass man die Fähigkeit Großvaters Karten hat. Das heißt, die eigene Fähigkeit, die man für den Charakter gesetzt hat, wird negiert. Und jeder Charakter hat die Fähigkeit Großvaters Karten. So, und diese Fähigkeit bedeutet, dass man die komplette Exodia, also Exodia die Verbotene, und die vier Teile von der Exodia, in sein Deck hinzugefügt bekommt. Und sollte man halt es schaffen, alle fünf Teile auf der Hand zu haben, dann hat man das Duell automatisch gewonnen. Ich wollte eigentlich, also ich habe einige von den Spezial-Duellen gemacht, ich wollte eigentlich mal aufnehmen, wie ich es mitbekomme, dass mein Gegner oder dass ich die Exodia komplett habe. Aber es ging einfach nicht. Ich habe es nicht geschafft. Ähm, ich habe es auch nie mitbekommen, keine Ahnung. Ich würde gerne mal die Animation sehen, was da so abläuft und so. Ähm, vielleicht schaffe ich es noch. Oder ich schaue mal im Internet, dass ich irgendwo ein Video finde, damit ihr euch das mal anschauen könnt. Ansonsten gibt es ja, wie gesagt, jetzt die Ankündungen zu einem anstehenden Event. Warum habe ich das heute noch gar nicht gesehen? Achtung Duellanten, bald beginnt ein neues Event. Das Event fürchte dich vor dem Deck der Schrecken. Aha. Die Schicksalstafel des Verderbens beginnt am 23.03., das heißt zwei Tage, nachdem die Spezial-Duelle weg sind, das heißt am Donnerstag nächste Woche, sammelt zehnseitige Würfel und verwendet sie, um Yami Bakura herauszufordern. Duelliere dich mit Yami Bakura, um ihn und viele andere Belohnungen freizuschalten. Du kannst auch exklusive Karten erhalten, die es nur... Na nice! Endlich! Wie gesagt, ich war ja schon die ganze Zeit auf der, ähm, Warteliste oder beziehungsweise am Warten, dass Yami Bakura, der am Ende, ähm, von der, ähm, ersten Teil von Yu-Gi-Oh sozusagen, also, wo man eine Stufe 50 erreicht hat, so angeteasert wurde, dass der endlich kommt. Und jetzt ist es anscheinend soweit. Mit dem Event, was nächste Woche startet, kann man dann ihn herausfahren. Wird wahrscheinlich so ein Event sein, wie es zu Pegasus-Zeiten schon gab, ähm, wo man dann gegen ihn so antreten kann, solche Würfel, ähm, sammeln muss in normalen Standard-Duellen und allen möglichen Duellen und dann kann man gegen den Angreifen, äh, antreten und gegen, eine bestimmte Anzahl von, äh, Siegen, also man bekommt pro Sieg dann bestimmte Punkte nochmal extra und für diese Punkte kann man sich dann spezielle Belohnungen heraussuchen. So, dann gibt es noch einen Wartungshinweis. Am 16.3. wird das Spiel nochmal gewartet. Oh, da steht sogar, ah ne, steht gar nicht, aber die haben, die haben die, ähm, Wartungshinweise, beziehungsweise allgemein die Informationen ein bisschen überarbeitet, habe ich das Gefühl. Sieht jetzt ein bisschen aufgeräumter und ein bisschen schöner aus. Aber nun gut, darum soll es nicht gehen. Ihr habt es sicherlich im Titel schon gehört. Ich möchte heute ein kleines Pack-Opening wieder starten. Das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Bis jetzt war es, glaube ich, auch erst eins, was ich so wirklich richtig gezeigt habe für euch. Und ich habe Bock wieder auf neue Karten. Und jetzt müssen wir langsam mal schauen, denn einige Booster-Packs laufen demnächst aus. Ähm, The Ultimate Rising. Ich habe gehört, dass das Ende März auslaufen soll. Steht hier aber nirgendwo. Ich habe aber gehört, Ende März soll dieses Booster-Pack rausgenommen werden und dafür ein neues kommen. Steht jetzt hier nirgendwo. Aber, ich gehe einfach mal davon aus, dass die Information richtig ist. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal, kann man denn hier nachgucken? Ne. Dann würde ich einfach mal schauen, dass ich hier noch ein paar coole Karten bekomme. So ein Kugel-Kurio wäre auf jeden Fall noch nice. Genauso wie so ein Axträuber. Also die Alträuber ist allgemein, ne. Fusionstor ist auch immer gut, wenn man davon zwei im Deck hat. Genauso wie magische Störungen. Also, da versuchen wir noch ein paar zu bekommen. Auch hier den netten Dude würde ich gerne mal haben. Aber wir haben ja, ach, überall steht hier eins. Genau, jedes haben wir schon einmal mindestens. Oder ist, ne, das heißt, wie oft das in den Packs ist, ne. Naja, ist ja egal. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit dem Pack Opening. Wie gesagt, ich habe ein paar Gems mir angesammelt wieder durch die ganzen Free Gems. Und ich würde sagen, wir machen 50 Packs von Ultimate Rising auf. Und dann schauen wir mal, ob wir noch ein paar Packs von anderen Booster Packs hier aufmachen können. Wir starten mit den ersten 10 Packs für 500 Gems. Let's go. Wir hoffen auf bei 50 Packs mindestens zwei Ultra Rares, würde ich sagen. Auf geht's, Leute. Klingenfliege, Totenkopfwächter und grober Clown Rare. Außerdem ist mir aufgefallen, ich habe mir ein paar andere Videos angeschaut, dass es angeblich auch spezielle Karten geben soll. Nicht nur Rare, Super Rare und Ultra Rare, sondern auch noch so Glossy und Spektralkarten und so. Die sollen dann nochmal ein bisschen seltener sein. So eine Spektralkarte oder wie sie genau heißt, weiß ich nicht. Soll es wahrscheinlich nur aller 300 Packs eine gedroppt werden. Ich weiß gar nicht, ob ich davon schon eine habe. Mir ist das noch nicht aufgefallen. Aber ist auf jeden Fall interessant. Standfaster Verteidiger habe ich auch noch nicht gesehen, aber hatte ich anscheinend schon. So, drei Kuribos sind am Start und Krüfons, Flederwisch, Klingenfliege und Buch der Geheimen Künste. Mich hat auch jemand gefragt, ob die Kuribos irgendwas zu bedeuten haben. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass da irgendwas, das ist einfach nur eine Animation, die halt random irgendwie getriggert wird. Es hat was zu bedeuten, wenn hier irgendwie so, wie heißen die, Hieroglyphen im Hintergrund sind, beziehungsweise wenn mein Charakter so aufscheint oder so. Das hat was zu bedeuten, aber die Kuribos nicht. Wächter von Bau, Glaubensvogel und Vertragserfüllung. Oh, drei Kuribos und sowas zum Beispiel könnte heißen, dass mindestens zwei Rares drin sind oder eine Super Rare oder eine Ultra Rare möglicherweise. So, Elementarunterwäldler, Totenkopfwächter und es ist eine Super Rare, viersterniger Marienkäfer der Verdammung. Das ist auf jeden Fall nice. Immer, ungelogen, in 80% der Fälle hat mein Gegner so ein komisches Vieh und da ich ja mit meinem Dinosaurier-Deck viele Stern-4-Monster habe, die durch mein Dinosaurier-Spielfeld-Zauberkalle dann auf 1900 ATK hochgehen, ist die einfach tödlich für mich. Aber gut, dass ich sie jetzt auch nochmal habe. Oh, oh, möglicherweise Ultra Rare, Samsara, großes Mammut von Goldfine und Klangvogel. Na Mensch, da haben wir unsere erste Ultra Rare Karte, Klangvogel. Ist jetzt für mich nicht so interessant, da ich nicht so gern mit den Ritualbeschwörungen spiele, aber viele meiner Gegner, gerade bei den Standard-Duellanten, machen nur Ritualbeschwörungen. Wirklich, das ist manchmal wirklich schon ein bisschen nervig, aber nun gut, kann man ja, kann ja jeder sehen, wie er mag. Also auf jeden Fall schon mal eine Super Rare und eine Ultra Rare, das ist nicht schlecht für die ersten 10 Packs. Und das soll es jetzt auch schon gewesen sein, genau. Die ersten 10 Packs sind durch. Wir haben, ach Klangvogel hatten wir noch gar nicht. Na Mensch, ist das unser erster Klangvogel. Nice. Nun gut, ansonsten hatten wir alle Karten schon und ich würde sagen, wir gehen gleich mal weiter mit den nächsten 10 Packs. Ja, 500 Gems und los geht's. Ja, kommt halt erstmal mein Wecker, 18.30 Uhr, wie letztens schon im Video gesagt, also im Hero Zero Video, aber ist ja nicht so schlimm. Trice, Zwillingsschwester, äh, Zwillingsschwester, Zwillingsschwerter des blitzenden Lichts. Ist auch nicht schlecht, ähm, das Problem ist nur, man muss eine Karte von seiner Hand opfern, das ist halt ein bisschen schwierig und dass es halt 500 ATK verliert, aber dafür kann es halt zwei Angriffe, ne, gerade auch in der, in der Mission, die ich angesprochen habe mit dem Schnellsiegen, ist auf jeden Fall sehr nützlich, dass man dann halt einfach, okay, man verliert 500 ATK, aber man kann zwei Angriffe durchführen und dadurch ist halt der Sieg schneller dein, meiner Meinung nach. Zeigt meine Erfahrung. Schildkrötenschwur, Muka Muka und Dark, der finstere Zauberer, oh, ne, leider nix, stürmende Wünnen, Klingenfliege und Stamm der Katzenohren. Ach, das Artwork ist aber auch nice. Vor allem die Katze, also rechts eine Katze, die so standard wie eine Katze da liegt, in der Mitte eine Katze, die einfach so pompös wie so ein Mensch da steht und links eine, die möglicherweise entweder müde ist, wenn man nett ist oder halt zu viel getrunken hat und da halt gechillt an der mittleren Katze dran steht. So, hier ist eine Rare drin, König von Yamaha, rasende Eria und Shrys, Zwillingsschwerter des blitzenden Lichts. Beisschuhe, Zepter des inneren Auges und Vertragserfüllung. Dann Schatten, Leichen, Fledderer, flammende Hüter und Muckamucka. Muckamucka, weiß ich noch früher, dass ich den wirklich oft mal in meinem Deck hatte, einfach weil er halt die gegnerischen Life-Ponds, glaube ich, ja, der kann die direkt angreifen. Schattenleichenflatterer und Krebsschrittkröte. Okay, diesmal haben wir nicht so viel Glück mit Spechelkarten. Stärkung der Moral, Ersatzsoldat und Geschenk des weißen Elefanten. Und Nährmittel Z, die ist auch nicht schlecht, hatte letztens ein, Wiewel Underwood, der gegen mich im Rangnisten-Duell gespielt hat und hat dann halt einfach mal 4000 Lebenspunkte dazu bekommen. Kann man machen. Krebsschrittkröte und Geschenk des weißen Elefanten. Hier waren jetzt beispielsweise zwei Rare-Karten drin. Es ist auch nicht so oft. Stürmende Win, Abbrechnung von Anubis und Wielon oben. Wieder zwei Rare-Karten. Und das war's schon. Ja, diesmal leider keine Ultra-Rare oder Super-Rare. Dafür zwei Packs, wo man zwei Rare-Karten rausgezogen hat. Allgemein ziemlich viele Rare-Karten. Wenn ich das so sehe, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, 14 Rare-Karten. Bei zehn Packs. Also waren vier Packs, wo es Doppel-Rare-Karten gab. Nice. Aber wir wollen nicht viel Zeit verschwenden. Wir wollen auf jeden Fall noch so ein Kuribu rausgetten oder so ein Funktionstor. Das wäre auf jeden Fall noch nice, wenn wir da noch eine Ultra-Rare-Karte uns rausziehen könnten. Elementar-Soldat, Elementar-Unterwäldler und grober Clown. Oh, Hieroglyphen. Maybe was Schönes. Beißschuhe, Schlangenhaare und Maske der Furcht. Rare-Karte. Drei Kuribus, Hieroglyphen und Goldener Rahm. Da muss eine gute Karte drin sein. Restructed Revolution, Schildkrötenschwur und Bote der Illusionen. Wieder eine Ultra-Rare-Karte. Sehr schön. Benutze ich jetzt nicht so oft, weil ich halt auch keine Fusionsmonster-Beschwörungen mache und das Problem ist halt, es ist halt gut. Man kann, wenn die geflippt wird, ein Monster aus seinem Extra-Deck als Fusionsbeschwörung beschwören und damit dann möglicherweise noch einen Angriff starten. Das Problem ist nur, am Ende, also zur Endphase, wird die dann wieder zerstört. Das heißt, lange hat man nichts davon. Aber so ein Nebeneffekt ganz gut. Verzauberter Speer, Sieben- und Ersatzsoldat. Dann Sanduhr des Mutes, vorstürmende Ausa und Eria, die Wasserverzaubererin. Stark erzwungener Waffenstillstand, Meteorregen und Thrys, Zwillingsschwerter des blitzenden Lichts. Mal wieder, wie oft haben wir die jetzt schon gezogen? Aufsteigende Seele, Schattenleichenflatterer und Vertragserfüllung. Samsara, flammende Hüter und Fallenfalle. Fallenfalle, auch eine sehr starke Karte. Habe ich aber jetzt schon über dreimal. Oh, maybe, was Schönes. Wird wahrscheinlich nur eine Rare sein. Klingenfliege, Tornado und Oh, Viersterniger Marienkäfer der Verdammung. Erneut gezogen. Damit sind die zwei, die in diesem Pack drinnen sind, schon weg. Aber ist schön. Wieder eine Super Rare, freut man sich natürlich sehr. Dann, großes Mammut von Goldfien, Meteorregen und Bikuri-Box. Und das war's. Die 10 Packs sind wieder vorbei. Damit haben wir 30 schon aufgemacht. Wieder eine Super Rare gegaddet und eine Ultra Rare. Das heißt, wenn der Kurs weitergeht, könnte es sein, dass wir in den nächsten 10 Packs nur wieder Rares bekommen. Aber wir werden mal sehen, was die Packs so für uns bereit halten. Auf geht's. Einberufung Novox-Gebet und Fluch des Altherns Festungswahl Elementarmagier und Charity Man Verborgenes Magiebuch Beisschuhe und göttlicher Drache Exelion Samsara Elementarmagier und Blutroter Sonnenvogel Ultra Rare Ultra Rare Zauberkarte Fusionstor Scherbe der Gier Scherbe der Gier Super Rare aber auch eine sehr nette Karte habe ich aber jetzt auch mittlerweile schon 3 Mal wenn nicht sogar 4 Mal deswegen nicht so geil aber Super Rares sind immer schön zu pullen Eid des Festungswahl König von Yamikami und Win die Windverzauberin dann Insektensoldaten des Himmels ja gleich mal ein Insekt für meine Quest Wächter vom Bau und Stamm der Katzenohren wieder diese süße Karte Oh Hieroglyphe über den kompletten Screen und Animation und Pegasus wenn das keine Ultra Rare ist dann weiß ich auch nicht Großes Mammut von Goldfiend wenn das der Kuribu ist bitte Nährmittel Z und Hanne Hanne oder Hain Hain schade also ist jetzt auch nicht schlecht ist auch eine nette Karte aber benutze ich nicht so häufig aber es ist ein Ultra Rare von daher alles easy und noch eine Super Rare Oh Stürm the Win Abbrechung von Anubis und Dark der finstere Zauberer leider nicht waren nur zwei Rares aber es reicht glaubens auch für die 10 Packs meiner Meinung nach Nährmittel Z wieder verzauberter Speer und blutroter Sonnenvogel und das war's 40 Packs sind offen in diesen 10 Packs hatten wir jetzt zwei Super Rares einmal hier Scherbe der Gear und einmal Hä hat nur eine Super Rare und eine Ultra Rare okay ich dachte wir hätten noch eine Super Rare gepullt nein dem war nicht so okay haben wir nur Scherbe der Gear und Hanne Hanne aber ist auch okay so dann würde ich sagen wir machen jetzt die letzten 10 Packs auf hoffen wie gesagt nochmal auf den Kugelkuribu oder auf das Fusionstor das wäre richtig nice ansonsten wird's halt nix ist dann halt so so nochmal 500 Gems weg und die letzten 10 Packs werden geöffnet Schlangenhaare Elementarmagier und Karatman Ritual Käfig Klingenfliege und roter Totenkopfvogel Elementar Unterwäldler blutroter Sonnenvogel und Lyna die Lichtverzaubererin Nährmittel Z Meteorregen und Fluch des Alters einfach 3 Fallenkarten in einem Pack läuft dann Rasende Eriah Nährmittel Z und Osa die Erdverzaubererin also von den Verzaubererinnen haben wir ganz schön viele in diesen Packs Novoks Gebet Tornado und Zombie Drache oh nein leider nicht Parasit Tiki Restructor Revolution und Magische Hüte wir haben doch eine Super Rare drin nice also wieder eine Super Rare in den 10 Packs sehr schön und Magische Hüte kann man immer gebrauchen Magische Hüte ist wirklich eine starke Karte und macht viel Spaß sie einfach auszuspielen habe ich jetzt aber auch schon 2 oder 3 Mal Ultimate Rising also Tornado Rasende Eriah und bereit zum Abfangen eine Ultra Rare komm bitte eine Ultra Rare noch stark erzwungener Waffenstillstand schwarze Katze mit weißem Schwanz und göttlicher Drache Axelion oh komm schon komm schon komm schon gib es mir oh mein Gott das klingt ein bisschen weird egal Ultra Rare es ist nur eine normale Parasit Tiki Samsara und Axträuber es ist eine Ultra Rare ich darf mich nicht aufregen es ist eine Ultra Rare es ist auch eine gute Ultra Rare sage ich mal es sind 1700 ATK ohne Tribut von daher ist es schön vor allem im letzten Pack haben wir nochmal die Ultra Rare Karte getriggert leider nicht den Kuriboh aber nun gut ich habe glaube ich 2 Kuribohs wenn mich nicht alles täuscht der eine hätte es mir jetzt noch angetan aber wir sollen wir sollten unser Glück nicht herausfordern nein 50 Packs reichen es sind jetzt auch schon wieder über die 20 Minuten rum deswegen würde ich auch sagen wir machen jetzt keine kein anderes Booster mehr auf wenn ihr solche Booster Pack Openings feiert dann schreibt mir das gern in die Kommentare dann werde ich das des öfteren bringen wenn ihr euch das triggert wenn euch das Spaß macht und so weiter und ansonsten würde ich sagen tschüss bis zum nächsten Mal ich hoffe es hat euch gefallen lasst gerne einen Daumen nach oben da wenn dem so war und wenn ihr mich irgendwie adden wollt es gibt ja hier die Freundesfunktion dann macht das gern ne einfach auf Freunde gehen dann auf suchen dann gibt ihr hier Bion Air ein also ich kann mich jetzt glaube ich nicht selber suchen wir können es nochmal probieren Bion Air so heiße ich in diesem Spiel ok suchen und dann werde ich natürlich nicht gefunden weil ich halt schon boah weil ich mich halt selber nicht suchen kann aber dann seht ihr hier bei Rang auf jeden Fall Gold 1 können wir ja nochmal kurz zeigen also ich kann es nochmal kurz zeigen ich bin beim Ranglisten Duell wieder runter gedroppt ich war auf Gold Gold Nova wollte ich schon sagen auf Gold 2 war kurz vor Gold 3 und dann hatte ich einen 3er Loose Streak dann bin ich wieder gedroppt auf die 1 und komme da jetzt zur Zeit nicht runter bei Spezial Duelle habe ich es bis jetzt nur auf Silver 2 geschafft weil das halt schon eine andere Voraussetzung ist da kann ich erstens nicht mit meinem Dinosaurier Deck antreten weil das Dinosaurier Deck halt wirklich darauf abgesehen ist dass man die Spielfeldsauberkarte hat damit die Dinosaurier 300 ATK mehr haben und das ist halt bei den Spezial Duellen nicht der Fall deswegen muss ich da mein Pegasus Deck nehmen was aber auch nicht schlecht ist aber da gewinnt man halt einfach nicht jedes so genau und das war es dann schon wieder also jetzt wirklich würde ich sagen tschüss bis zum nächsten Mal ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video euer Let's Fobby